Dankeschön, Dankeschön. Gebt der Bedienung Trinkgeld, oder? Mir. Wie hast du's angestellt, Rachel? Was denn? Verkauf mich nicht für blöd, okay? Du hast den Test gestohlen und ich will wissen, wie. Hast du den Schlüssel geklaut, als ich im Krankenhaus war? So war's doch sicherlich, oder? Ich hätte viel lieber jemandem Nachhilfe gegeben, der es wirklich nötig hatte. Und jetzt habe ich leider keine Gelegenheit mehr dazu, dank dir. Wen interessiert? Sehr viele. Das ist dafür, dass ich gefeuert wurde. Und das ist dafür, dass du versucht hast, mit meinem Mann zu schlafen. Du kannst froh sein, dass du schwanger bist. Nein, du kannst froh sein, dass ich schwanger bin. Ich finde, es wird Zeit, dass du deinen betrügerischen, hinterhältigen Nuttenarsch aus diesem Haus hier rausbewegst. Klar? Du kleines Mist. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Wie gesagt, ich pass auf den Kleinen auf. Hier geht es wieder. Hier geht es wieder.